Willkommen bei Gourmetfleisch.de In der Regel liefern wir Ihr Gourmetfleisch-Paket innerhalb von 24 Stunden zu Ihnen nach Hause. Wir liefern Dienstag bis Freitag und auf Wunsch auch samstags. In bestimmten Postleitzahlengebieten bieten wir Ihnen auch eine Feierabendlieferung an. Wenn Ihre Bestellung bei uns eingeht, wird Ihr Fleisch frisch portioniert und anschließend vakuumiert. Jedes einzelne Steak wird grammgenau verwogen, etikettiert und in einem Beutel verpackt. Unsere Trockenprodukte werden sicher in einer Luftpolsterfolie verpackt. Ihre Ware wird in einer stabilen Airpop-Box versendet. Verschiedene Fächer sorgen dafür, dass die Ware beim Transport nicht verrutscht. Für die optimale Frische der Ware sorgen zahlreiche Kühlelemente. So kommt die Ware gut gekühlt und unversehrt bei Ihnen an. Gefrorene Ware wird mit Trockeneis gekühlt. Unter www.gourmetfleisch.de finden Sie in der Rubrik Service alle Informationen zur Verpackung und Versand auf einen Blick. Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns doch an. Wir beraten Sie gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.